Die Top-Spiele im heimischen Fußball werden präsentiert von PlanetWin365at. In der Regionalliga West trifft die WS Gisparowski-Wattens auf den SV Seekirchen. Gespielt wird am 20. September um 19 Uhr im Alpenstadion in Wattens. Der SC Schwarz bestreitet in der Regionalliga West sein Heimspiel gegen den FC Höchst. Anpfiff ist am 21. September um 17 Uhr im Stadion Schwarz. In der Typ-3-Bundesliga trifft der FC Wacker Innsbruck auswärts auf die Überraschungsmannschaft SV Scholz-Grödig. Gespielt wird am 21. September um 19 Uhr in der Untersberg Arena in Grödig. Alle Infos gibt es unter www.facebook.at.